Also Julian Vogel, wie sieht denn wieder dein Zimmer aus? Das ist ja unfassbar. Oh Papa, chillax, chillax, alles gut, alles gut. Guck doch mal, so aufgeräumt war mein Zimmer noch nie. Also Julian, tut mir leid, das ist ja das totale Chaos und wo kommen diese ganzen Spielzeuge her? Ja, also ich hab dir nicht erlaubt mit diesen Spielzeugen zu spielen. Oh Papa, beruhig dich doch mal, ist ja gut, ist ja gut, die hab ich aus der Garage. Aha, aus der Garage und wen hast du da gefragt? Hast du mich gefragt? Ich glaube nicht und deine Mutter ist auch nicht da. Julian, das geht gar nicht, was du hier machst. Oh Papa, warum bist du denn auf einmal so streng, ist ja gut, ich räum ja ein bisschen auf. Ja, du räumst hier auf, junger Mann und danach kommst du unten in die Küche, wir müssen den Geschirrspieler noch ausräumen, also beeil dich. Oh Papa, nee, das möchte ich nicht, warum bist du denn heute so streng? Julian, ich bin nicht streng, aber manchmal muss man halt mit dir so umgehen, das geht ja nicht anders, schau dir mal dieses Chaos hier an. Also wie wärst du denn als Vater, würdest du das irgendwie locker nehmen? Ja, würde ich, also ich als strenger Papa, wie wär das denn? Wie wär das wohl, ich als strenger Papa? Hm. Oh, das kann doch echt nicht sein, dass du Charlie wieder in mein Zimmer gelassen hast, der macht totales Chaos hier. Charlie ist ein Affe, was kann ich denn dafür? Du wolltest den unbedingt als Haustier haben. Trotzdem, du bringst den immer wieder rein, gerade wo ich meine Hausaufgaben machen wollte. Oh, zum Glück geht er jetzt in dein Zimmer. Hab ich auch gar kein Problem mit, ich hab Charlie gern, der darf immer in mein Zimmer gehen. Also was ist hier denn jetzt schon wieder los? Das glaube ich ja nicht, hier ist ja das totale Chaos und Charlie, wo ist denn Charlie? Oh Papa, warum regst du dich denn so auf? Das ist ja unfassbar hier. Charlie ist gerade wieder da rüber gelaufen und hier ist doch alles ordentlich. Aber habt ihr mal darüber nachgedacht, wie laut ihr euch eigentlich hier, wie laut ihr hier eigentlich seid? Also hier leben auch noch andere Leute in diesem Haus und das geht gar nicht, ihr seid sowas von laut. Also Kinder, so hab ich euch das nicht beigebracht. Und außerdem wolltest du dich noch um Papierkram kümmern, ne junge Dame, das hab ich dir schon heute Morgen gesagt. Und du bist immer noch in deinem Zimmer und hast hier Spaß und sowas, das haben wir hier nicht. Also das ist ja unfassbar, wie ihr Kinder drauf seid, so war ich nicht drauf als Kind. Ich war ganz, ganz fleißig, sowas hab ich nicht gemacht. Da hat mir Tante Hanna aber was anderes erzählt, aber ja, ja Papa, ich komm gleich runter. Tante Hanna, die weiß ja auch so viel, ne? Also, ich erwarte dich in zwei Minuten unten, damit das klar ist. Lena, also wirklich, kannst du dich jetzt mal bitte beeilen? Ich hab dir gesagt, diese Aufgabe sollte schon vor einer halben Stunde fertig sein. Und ich bin nicht so streng, ich bin nicht so streng, ich hab dir ein bisschen Zeit gelassen, aber jetzt beeilst du dich mal bitte. Ist ja gut, Papa, aber welches Kind muss er mit acht Jahren die Telefonrechnung überprüfen? Also meine Mitschüler müssen das nicht machen. Hey, junge Dame, nicht in diesem Ton, nicht in diesem Ton mit mir, damit das klar ist. Ich bin dein Papa, ne? Und du überprüfst jetzt bitte mal die Telefonrechnung. Hm, du Papa, ich wollte dich was fragen. Dürfen meine Freunde aus der Kita heute kommen, mit Charlie mit uns spielen? Also, wie, das hättest du bei mir vorher anfragen müssen. Wenn jemand zu Besuch kommt, bitte zwei Tage vorher Bescheid geben. Sonst ist das nicht möglich. Ja gut, okay, vielleicht mach ich eine Ausnahme, aber sind denn Jungs dabei? Papa, du kennst die doch. Der Kevin und der Noah sind doch auch mit dabei. Tja, nee, nee, das kannst du vergessen. Keine Jungs hier, auf gar keinen Fall. Das geht gar nicht. Nein, keine Chance. Und wie sieht es mit den Telefonrechnungen aus? Bist du ein bisschen weitergekommen? Oh ja, ich bin weitergekommen. Los, beeil dich. Aber ich muss jetzt erst mal was trinken. Ich habe Durst. Aber nur Mineralwasser, damit das klar ist. Fruchtsaft ist jetzt verboten. Erst später, wenn ich es dir erlaube. Nur Mineralwasser, damit das klar ist, junge Dame. Oh Papa, sei doch nicht so streng. Ist ja gut. Madame, 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 achte auf deinen Ton, damit das klar ist. Und außerdem, hast du eigentlich dein Zimmer aufgeräumt? Ich habe doch gesagt, da sollst du Staub wischen. Oh Papa, ich bin acht Jahre alt. Du kannst mir doch nicht so viele Aufgaben geben. Wenn du wüsstest, was ich mit acht Jahren schon alles gemacht habe. Da war ich schon arbeiten teilweise. Also unfassbar. Nee, komm, wir gehen jetzt mal in dein Zimmer und überprüfen das. Tja, guck dir das einer an. Also, das ist ja unfassbar. Eine Frechheit. Du hast Hausarrest, Madame. Aber warum habe ich denn Hausarrest? Ich habe den Staub gewischt. Das ist doch alles ordentlich. Und das Bett hier. Also, das nennst du Bettgemacht oder was? Also, das ist echt eine Frechheit. Also, bald ziehen die aber andere Zeiten auf, damit das klar ist. Also, ich versuche ja nett zu euch zu sein, aber ich muss einfach streng sein. Anders geht es bei euch Kindern ja nicht. Unfassbar. Also, Julian, lass mich mal kurz klarstellen. Du wärst der strenge Papa, ne? Und du würdest sozusagen deine Kinder eine Steuererklärung oder auch deine Rechnung machen lassen. Aha, sehr interessant. Ja, das machen doch strenge Papas oder nicht. Und ich würde das nicht machen. Und so einer bist du, Papa. Willst du so einer sein? Und ich will nicht so einer sein. Ich würde das niemals machen. Julian, ich bitte dich auch nicht darum, irgendeinen Papierkram für mich zu erledigen, sondern einfach nur dein Zimmer aufzuräumen und mir zu helfen. Ist das zu viel verlangt? Das ist doch nicht streng. Also, ich finde schon, dass das Arbeit ist. Und ich weiß auch nicht, ob du das darfst. Wobei, also, wenn ich Papa wäre und die ganze Arbeit würden meine Kinder machen, das wäre doch gar nicht so schlecht. Julian, als strenger Papa. Ich glaube, das würde nicht gut gehen. Oh ja, so mache ich es. Ich werde später der strengste Papa der Welt und da muss ich nichts mehr machen. Vielleicht muss ich auch dann gar nicht arbeiten gehen.